Seit zwölf Jahren ist Christina Bonert in der Güstruher Südstadt präsent. Damals eröffnete sie am 19. Februar einen Autoshop. Die Ladenfläche war ziemlich klein und so zog sie noch im ersten Jahr innerhalb des Einkaufszentrums am Platz der Freundschaft um. Seitdem bietet Christina Bonert neben der Bestellmöglichkeit beim Versandhandel auch einiges an Geschenkartikeln an. Ebenso gehören christliche Bücher zur Lebenshilfe mit zum Sortiment. Immer versucht Christina Bonert etwas zu finden, was ihre Kunden anspricht. Das zwölfjährige Bestehen möchte sie mit den Kunden feiern. Am 19. Februar wird es die Möglichkeit geben, bei einer Tasse Kaffee mit der Inhaberin auch einmal länger ins Gespräch zu kommen. Christina Bonert schaut positiv zurück und nach vorn. Ich bin eigentlich dankbar für all die Kunden, die ich habe, die mir auch über zwölf Jahre die Treue gehalten haben. Ich hoffe, die sind mit mir auch zufrieden. Wenn nicht, man darf auch mal äußern, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn man selber ein Problem hat. Und dann versuchen wir das natürlich zu klären. Wünsche sind eigentlich, dass die Ware relativ schnell kommt, was meistens funktioniert. Dass das Angebot so bleibt, wie es ist und dass ich auch mal wieder neue Ideen habe. Bereut hat die heute 54-Jährige ihren Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Zahlreiche Stammkunden konnte sie gewinnen, die gern ihren Service nutzen. Der Vorteil liegt auf der Hand, wenn man bei Christina Bonert bestellt. Die Speditionskosten fallen weg. Noch bis zum 22. Februar bietet Otto eine 0% Finanzierung an. Auch bei Christina Bonert ist diese möglich. Ein Besuch lohnt sich, auch am 12. Geburtstag, am 19. Februar von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Bis zum 2. Februar von 7.30 Uhr. Bis zum 2. Februar von 6.30 Uhr. Bis zum 3. Control. Bis zum 3. Korb. Bis zum 3. Note. Bis zum 4. Bis zum 3. Angen. Untertitelung des ZDF, 2020